Adjektive, Eigenschaftswörter oder Wie-Wörter. Für Adjektive gibt es viele verschiedene Namen. Was Adjektive sind, erklären wir euch in diesem Video. Viel Spaß! Adjektive beschreiben Eigenschaften von Substantiven und charakterisieren die Beschaffenheit von Dingen, Lebewesen oder Sachverhalten. Sie werden immer klein geschrieben und geben eine Antwort auf die Frage, wie ist eine Sache? Im Deutschen unterteilen wir die Adjektive in Prädikativ, Adverbial und Attributiv. Prädikative und adverbiale Adjektive ordnen sich hinter das Nomen und müssen nicht verändert werden. Prädikative Adjektive sind unveränderliche Formen, die einen Bestandteil des Prädikats ausmachen. Sie stehen immer hinter den Verben sein, bleiben und werden. Beispiele dafür wären, das Tor ist alt, wir bleiben hoffnungsvoll und er wird neidisch. Steht ein Adjektiv hinter einem anderen Verb außer sein, bleiben und werden, so sprechen wir von einem adverbialen Adjektiv. Auch hierbei ist das Adjektiv unveränderlich. Zwei Beispiele wären, die Milch riecht schlecht oder er läuft entspannt. Attribute Adjektive hingegen stehen zwischen Artikel und Nomen, wie bei die guten Freunde oder das alte Buch. Doch Achtung, hier müssen die Adjektive mit dem Substantiv zusammen dekliniert werden. Das heißt, sie werden an Genus, Numerus und Kasus angepasst. So lautet der Nominativ der laute Hund, der Genitiv hingegen des lauten Hundes, der Dativ wiederum dem lauten Hund und der Akkusativ den lauten Hund. Auch alle Pluralformen, wie beispielsweise die lauten Hunde im Nominativ und der lauten Hunde im Genitiv lassen sich bilden. Dasselbe Deklinationsschema lässt sich auf die unbestimmten Artikel anwenden, bei denen es aber keine Pluralformen gibt. Der Nominativ wäre hier ein kleines Pferd, im Genitiv eines kleinen Pferdes, Dativ einem kleinen Pferd und Akkusativ ein kleines Pferd. Eine Besonderheit der Adjektive ist es, dass wir verschiedene Wörter zusammensetzen können, um neue Adjektive mit einer verstärkten Bedeutung zu erhalten. Hierzu drei Beispiele. Aus dem Nomen das Haus und dem Adjektiv hoch ergibt sich Haus hoch. Aus einer Verbindung des Adjektivs klein und des Verbes hacken erhalten wir kleinhacken. Und zwei Adjektive können wir verbinden zu bitterkalt. Die wichtigste Eigenschaft ist die Steigerung der Adjektive. Bei der sogenannten Komparation gibt es drei Formen. Den Positiv, den Komparativ und den Superlativ. Der Positiv bildet dabei die Grundform eines Adjektivs. Beispiel, die Maus ist klein. Eine positive Vergleichsform wird gebildet mit sowie-Sätzen. Ich bin fast so sportlich wie Ronaldo. Oder die Katze ist genauso flauschig wie ein Kuscheltier. Der Komparativ ist die erste Steigerungsform und wir nutzen ihn, um zwei Dinge miteinander zu vergleichen. Dazu hängen wir die Endung er an das Adjektiv und nutzen das Vergleichswort als. Ein Beispiel, die Maus ist kleiner als die Katze. Der Superlativ, also die zweite Steigerungsform, stellt dann schlussendlich die höchstmögliche Eigenschaft dar. Adverbiale Adjektive bilden Superlativ immer mit am. Der Gepard rennt am schnellsten. Attribute Adjektive sind hingegen immer auf einen bestimmten Artikel für die Superlativbildung angewiesen. Er ist der hübscheste meiner Klasse. Bei prädikativen Adjektiven, also jene mit Sein, Werden und Bleiben, können beide Formen gebildet werden. Der Blauwal ist am größten oder auch, das ist das schnellste Auto. Nochmal eine kleine Zusammenfassung. Adjektive beschreiben Eigenschaften von Substantiven und charakterisieren die Beschaffenheit von Dingen, Lebewesen oder Sachverhalten. Sie werden kleingeschrieben und können in drei verschiedenen Adjektivtypen unterteilt werden. Prädikative, Adverbiale und Attributive Adjektive. Wir können Adjektive deklinieren und in drei Formen steigern. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Lasst uns gerne ein Like und Kommentar da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.